Halli, hallo! Corona macht uns das Leben schwer. Natürlich vor allen Dingen auch in der Eventplanung. Sie planen möglicherweise, Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter zu erreichen zum Jahresbeginn, in einem Auftakt, in einem Kick-Off 2021. Kein Mensch kann mehr zusammenkommen und Sie müssen das online oder virtuell machen. Da haben wir eine spannende Lösung für Sie. Mein Name ist Bernhard Wolf und ich bin der Moderator der 5-Sterne-Online-Events. Was ist unsere Idee? Sie hätten am liebsten in diesen Tagen schon ein Konzept auf dem Tisch, wie so ein Online-Event aussehen könnte. Welches Studio, welcher Ablauf, welches Drehbuch, welche Technik genau, wie viele Leute kann ich reinschalten, wie funktioniert das dann mit PowerPoint, vielleicht Interaktionen und natürlich, wer könnte der Redner sein. Wir haben dieses Konzept für Sie schlüsselfertig vorbereitet. Und wir möchten Ihnen die Arbeit leicht machen. Wir möchten auch, dass Ihnen die Zeit nicht wegläuft. Darum haben wir in Kooperation mit der AXIKA in Berlin, mit einer Event-Location direkt am Brandenburger Tor, in einem Studio mit Blick auf den Reistag, mit Moderation, mit Drehbuch, wir haben das für Sie in der Weise vorgedacht, dass Sie im Grunde nur noch überlegen müssen, wer aus dem Unternehmen kommt rein in den Jahresauftakt, wen möchten Sie reinschalten, wie wollen wir die Inhalte organisieren, welche Medien spielen wir, aber dass sowohl die Plattform als auch das ganze technische Setup fertig ist. Und Sie müssen nur noch Ihre Botschaft hineingießen. Und diese Botschaft wird dann natürlich in Berlin am Brandenburger Tor mit Blick auf den Reistag auch ein besonderes Gewicht bekommen. Und wir werden schauen, dass wir den Redner einsetzen, der Ihre Botschaft am besten unterstützt. Das ist unsere Idee. Mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten. Am besten Sie greifen zum Hörer oder, wie man das ja macht in diesen Zeiten, Sie machen eine Videokonferenz, einen Call mit dem Team von Fünf-Sterne-Redner, erfahren mehr und erfahren auch, was das am Ende kostet. Denn wir haben einen super attraktiven Festpreis, der, nur das darf ich verraten, etwa bei der Hälfte von dem liegt, was Sie bezahlen würden, wenn Sie so eine Produktion jetzt frei planen oder irgendwo da draußen irgendwen anrufen. Also nutzen Sie dieses Gedankliche, nutzen Sie dieses Konzept von Fünf-Sterne-Redner. Wir haben auch die Erfahrung, wir bringen die Erfahrung mit aus einem Projekt, das ich in Berlin seit langer Zeit mache, dem Ideenfrühstück. Das ist ein Format, in dem wir genau diese effiziente Studioressource entwickelt haben und in dem wir gelernt haben, wie Inhalte wirklich lecker und in TV-Qualität bei den Teilnehmern im Streaming ankommen und wie Dialog funktioniert in diesen Formaten so, dass Sie auch als Unternehmen strategisch weiterkommen, entweder auf Seite im Kontakt mit den Mitarbeitern oder dass Ihre Botschaften beim Kunden richtig rüberkommen. Steigen Sie ein, lassen Sie sich jetzt schnell informieren und wenn Ihnen das in den Kram passt, wenn das passt für Sie als Idee, dann werden wir uns sicherlich auch persönlich ganz schnell sprechen. Vielen Dank, Bernhard Wolf aus Berlin. Bis bald bei Ihrem Jahresauftakt 2021.